Herzlich Willkommen zum Stuttgarter Lyrik-Cast in Farbe der Stadtbibliothek Stuttgart. Wallis Seier, Kartonage Gelesen von Götz Schneider Gezeichnet von Hannah Wenzel Kartonage Es braucht so wenig, fast nichts, und das fast nichts ist nicht mehr als ein sperriger Karton, in dem die Gefriertruhe angeliefert wurde. Mit dem gezackten Brotmesser, Fensterläden ausgeschnitten und ein Türeck, durch das der Vierjährige hindurchpasst. Eine Schutzhütte jetzt, auf dem Weg vom Bett zum Schrank. Die Herzkammer des Zimmers, ein Rückzugsort Polarstation Kajüte Einsiedlerhöhle Basislager Als Lichtquelle baumelt die Taschenlampe am durchgezogenen Bindfaden Die Chipsvorräte reichen bis morgen Und morgen und Abend sind die Ufer des Tages Wallis Seier ist 1960 in Bierlingen geboren, er lebt und schreibt in Horb. 1994 wurde er mit dem Thaddeus Trollpreis ausgezeichnet. Ich bin78 Kajüte Wschlag Kajüte Kajüte